Guten Abend. Ich hoffe, dass jetzt die Spanier nicht böse werden, wenn ich sage, Viva la Corruption! Die Vitamin-C-Lüge. Ich wollte das selber nicht glauben. Ich hatte es auf Telegram schon veröffentlicht. Es ist eigentlich ein Ding. Vitamin C, Ascorbinsäure, Vorschläge zur Konsumförderung. Gucken wir mal, was sich hinter dem allen verwirkt. Und zwar... Etwas Hokus-Pokus müssen wir machen. Das gehört zu den Vorschlägen zur Konsumförderung. Oder der Arzt muss dazu gebracht werden, überall ein C, Vitamin-C, Defizit zu wittern und vorsichtshalber Vitamin-C aufzuschreiben. Oder er, der Arzt, selbst die Möglichkeit hat, die Diagnose zu stellen und dem Patienten eine neue Krankheit anzudichten. So, jetzt gucken wir mal, von wem ist denn das? Nicht zu glauben, wer das Zeichen kennt, hier. Vor vier Jahren, das war noch Journalismus. Boris Reitschüster würde in die Hände klatschen. Ich verlinke euch den Artikel jetzt zum Schluss und Leute, wir können nur eins sagen. Wir müssen weitermachen. Alle möglichen Leute informieren und so weiter. Eins ist gut. Dieses Video, das hat jetzt schon 400.000 Aufrufe, wurde vor vier Jahren ausgestrahlt und kommt ja vom Mainstream. Dem glaubt man ja. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht können wir ja noch mehr erreichen mit diesem einfachen Video vom Mainstream. Also, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Es gibt schon Anzeichen, dass es immer weniger Leute glauben, diesen ganzen Hokuspokus. Und wer sich das Video dann anguckt, also dieses hier, der wird auffällige Parallelen dazu sehen, was da für Sauereien damals schon abliefen und was heute für Sauereien natürlich auch ablaufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020